hallo freunde ich habe einfach mal das display angelassen um euch zu zeigen welchen verbrauch ich momentan habe und zwar ist das die strecke die ich normalerweise mit 3,5 und 3,3 litern mache so jetzt bin ich die hälfte der strecke einfach mal in sport modus gefahren und es macht spaß es macht wirklich spaß wenn man ja schon die meiste zeit sag ich mal in diesen eco modus fährt was wirklich super spaß am ist das muss man ja ehrlich sagen dann macht es auch irgendwann mal spaß einfach mal sport modus rein zu tun und vollgas zu geben so jetzt ist natürlich so dass ja irgendwann habe ich drauf geschaut nach der halben strecke habe gesehen okay da steht irgendwie 5,4 liter verbrauch also ich muss aber auch ehrlich sagen ich habe in sport modus auch die ganze zeit gas gegeben autobahn 195 was ging da hast du schon gesehen das ist aber schon ein bisschen anderer verbrauch also der nimmt auch im sport modus auch so dass man das gefühl hat dass der motor die ganze zeit an ist und bereit ist loszulegen das heißt während ich auf gewissen strecken abschnitten rein elektrisch fahre ist also in eco modus sobald sport modus drin ist ja da ist das ding direkt schon also der motor der benziner der läuft direkt mit ja der ist die ganze zeit bereit hat loszulegen und gas zu geben macht wie gesagt super spaß nachdem man wirklich monatelang sag ich mal in eco modus fährt macht das wirklich spaß mal gas zu geben und zu sehen das auto kommt aber halt das hat halt seinen preis ist der verbrauch so nachdem da irgendwie irgendwas mit 5,4 stand habe ich gesagt okay reicht jetzt spaß genug gehabt erst wieder in eco modus ja jetzt habe ich mit der anderen hälfte der strecke das ganze auf 4,0 reduziert die strecke war jetzt knapp 40 kilometer lang 35 40 kilometer sind das jetzt gewesen ja also wie gesagt vielleicht noch eine sache weil so ein bisschen das gefühl haben möchte so ähnlich wie einen normalen schaltgetriebe beziehungsweise halt mit normalen getriebe zu fahren sollte auf jeden fall auf stufe b gehen ja und sport modus rein machen dann hat man wirklich die ganze zeit das gefühl also das auto bremst halt viel schneller sobald du von gas gehst ja wie halt in einem normalen fahrzeug dann auch und das auto gibt viel schneller gas also du hast wirklich so ein gefühl so ein normales fahrzeug etwas sportlicher zu haben man merkt auch viel viel weniger diesen gummiband effekt als wenn das ganze in eco modus ist das ist halt auch der große vorteil ja das ist so meine erfahrung die ich so zwischendurch sammeln finde ich cool hat auch spaß gemacht wie gesagt ja aber ich fahr dann doch lieber sparsam und gut dass ich die möglichkeit habe ja freunde von meiner seite war es das vielleicht interessiert auch den ein oder anderen wie die rückfahrkamera aussieht finde ich auch recht gut eigentlich das bild ist wirklich relativ relativ scharf sag ich mal finde ich nicht schlecht würde sagen ich werde in zukunft auch meine erfahrung mit euch teilen ansonsten vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns im nächsten video wieder bis dahin danke für andere wasser mit likes freunde